Jetzt, da wir wissen, was eine Lösung ist, sollen wir mal drüber nachdenken, was es eigentlich braucht, um ein Molekül in eine Lösung zu bringen und was ein Molekül letztendlich löslich macht. Und dazu fangen wir mal mit einem Salz an und da muss ich mal ein bisschen ausholen. In Chemie hörst du nämlich das Wort Salz die ganze Zeit. Ich schreibe es nochmal auf, Salz. Und im Alltag meinen wir damit ja Tafelsalz, das heißt also das, was wir ins Essen hineintun und das ist Natriumchlorid. Und das ist wirklich ein Salz aus der Perspektive vom Essen und auch chemisch. Aber die Chemiker, denen ist es eigentlich egal, womit du dein Essen würzt. Für die Chemiker ist ein Salz eine neutrale Substanz, ein neutraler Stoff, der aus Ionen besteht. Und in der Tat ist es so, bei Natriumchlorid so, du hast ja das Natrium hier, das will also ein Elektron verlieren. Und das Chlor möchte ein Elektron bekommen, also wird Chlor negativ und Natrium wird positiv. Und die beiden kleben dann ja ganz stark zusammen, weil eins ist positiv und eins ist ja negativ. Und du kannst dir das vorstellen, für das Natrium ist quasi das Haus zu klein und die müssen deswegen ihren Hund weggeben. Und der andere nimmt dann den Hund, aber jetzt ist es eben so, dass ihr die ganze Zeit zusammen rumhängt, weil der eine möchte ganz gern den Hund sehen und der andere hat ihn eben. Und es gibt auch noch andere Salze, wie Kaliumchlorid oder Kalziumpromitt. Und es gibt eine ganze Menge von Salzen. Das sind alles Salze. Und wir sollen uns jetzt mal überlegen, was passiert eigentlich, wenn du so ein Salz jetzt in Wasser auflöst. Und also wenn wir es in einer Flüssigkeit auflösen. Und ich zeichne das jetzt nochmal hin hier. Das ist also das Wasser, das habe ich ja schon ganz oft gezeichnet. Das sind die zwei Wasserstoffe hier. Das Blaue hier ist ja immer der Sauerstoff. Und jetzt male ich hier noch eins hin. Ich habe noch ein Sauerstoffmolekül hier. Und die Wasserstoffe sind dann in dieser Orientierung, weil die Wasserstoffenten sind ja, die werden ja angezogen durch diese Wasserstoffbindungen an die negative Ladung des Sauerstoffs. Das sind also diese Wasserstoffbrückenbindungen, über die wir so viel schon geredet haben. Und dann haben wir noch einen Sauerstoff hier drüben. Und es hat seine Wasserstoffe da und da. Das sehen wie so Nasen aus. Und hier hast du wieder deine Wasserstoffbrückenbindungen. Dann hast du hier noch einen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass es da so eine gewisse Struktur gibt. Und in dem flüssigen Zustand bewegen die ganzen Moleküle sich gegeneinander. Sie klopfen aneinander, sie reiben aneinander. Aber sie bleiben insgesamt doch ziemlich, ziemlich nahe zusammen. Und du weißt ja auch, dass der flüssige Zustand vom Wasser sehr, sehr kompakt ist. Also Wasser kann man überhaupt nicht komprimieren. Aber die Moleküle, die können sich immer noch bewegen. Und aneinander vorbeischieben. Und jetzt schauen wir uns nochmal Natriumchlorid an. Und zwar ist Natriumchlorid ziemlich, ziemlich groß. Also Wasserstoff ist ja ziemlich klein. Also ein Ganz ist eigentlich nur ein Proton. Und Natrium ist schon ziemlich groß. Also Natrium ist ein ziemlich, ziemlich großes Atom. Und deswegen male ich mal das Natrium etwas größer hin. Also schauen wir mal hin, welches ist eigentlich größer? Natrium oder Chlorid? Und wir wissen, Natrium ist ziemlich, ist groß. Und Chlor muss ein bisschen kleiner sein. Das hatte ich euch ja mal gesagt, wie das geht. Das von links nach rechts und von oben nach, von links nach rechts werden die Atome kleiner. Und von oben nach unten werden sie größer. Also Natrium ist ziemlich groß. Das ist ein ziemlich großes Atom. Und das ist hier grün. Das ist positiv geladen. Und dann hast du noch das Chloridion. Jetzt machen wir mal ein Lila. Ist immer noch ziemlich groß. Aber ein bisschen kleiner ist das Natrium. Was passiert jetzt, wenn du das Ganze in Lösung gibst? Und im flüssigen Zustand werden die immer noch voneinander angezogen. Aber diese positiven Kationen, das positive Natrium wird selbstverständlich vom negativen Sauerstoff angezogen. Umgekehrt, das negative Chlor wird von dem positiven Wasserstoffteilchen angezogen. Und umgekehrt, natürlich. Und wie bekomme ich jetzt dieses Riesen-Natrium-Ion in diese Wasserstruktur hinein? Und ich habe euch ja gesagt, das ist ziemlich fest. Und es ist eigentlich ziemlich, ziemlich schwierig, dieses Natrium da rein zu quetschen, um es auch löslich zu machen. Wie geht das also? Und vor allem diese Bindungen im Wasser, die sind auch ziemlich stark. Und die Atome bewegen sich aneinander vorbei. Wie kann das jetzt also passieren, dass das da hineinpasst? Ganz einfach, du wärmst das Wasser auf. Und je wärmer das Wasser ist, desto mehr kinetische Energie haben die Wassermoleküle. Und die machen da doch etwas mehr Platz für das Natrium. Und dann kann eben dieses Natrium da hineinkommen. Und dann wird das Ganze wieder relativ stabil. Und wie sieht es dann aus? Wir haben also hier wieder unseren Natrium-Ion. Natrium ist ja positiv. Und damit werden die negativen Sauerstoffanteile des Wassers, werden da sich so außen so rumgruppieren. Und die Wasserstoffenten, die gucken natürlich dann entsprechend in die andere Richtung. Die gucken dann quasi nach außen hin. Gucken auf die äußere Seite dann drauf. Und beim Chlor, das ist genau umgekehrt. Die Chloratome werden dann von den Wasserstoffanteilen des Wassers wieder angezogen. Ich zeichne die jetzt nochmal hin. Das Chlor hängt zum Beispiel hier rum, das Chloratom. Und um jetzt möglichst viel Natriumchlorid in das Wasser hinein zu bekommen, ist es am besten, wenn du eben die Temperatur erhöhst. Und dann bewegen die sich mehr. Und dann rütteln diese Ionen sich da sozusagen besser hinein. Und dann bekommst du eine bessere Löslichkeit. Eines gelösten Stoffs sind Wasser. Und beispielsweise von Natriumchlorid, was ein Feststoff ist, in einem flüssigen Lösungsmittel wie Wasser zum Beispiel. Und du wirst also umso mehr von dem Stoff hineinbekommen, je höher die Temperatur von dem Lösungsmittel ist. Nehmen wir beispielsweise wieder unser Tafelsalz. Und ist auch nicht so teuer. Und es ist auch ein Beispiel aus dem Alltag. Und du willst es also beispielsweise in Wasser auflösen. Und du schüttest da immer mehr und mehr hinein. Und irgendwann, was zu sehen ist, geht einfach nicht mehr. Und aber an einem bestimmten Punkt, dann siehst du dann, dass sozusagen, jetzt male ich es nochmal hin, ich habe also hier ein Glas von Wasser. Und ab einem bestimmten Punkt kann das Wasser nicht mal mehr Salz aufnehmen. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, das ist, wo die Lösung gesättigt ist. Und wenn du es jetzt aufheizst, wenn du es beispielsweise in die Mikrowelle steckst, dann wird auch dieses überflüssige Salz, wird sich nochmal lösen können. Denn warum? Weil die Wasseratome sich dann mehr bewegen, bewegen sich dann auch mehr nach außen und machen sozusagen mehr Platz letztendlich für das Salz. Und du weißt ja, du hast diese Ionen. Was passiert dann eigentlich im Wasser mit den Ionen? Und normalerweise ist es ganz interessant, normalerweise in Salz leitet eigentlich kein Strom. Und wenn du das Ganze jetzt in Wasser auflöst, dann hast du eben plötzlich Ladungen, die sich frei bewegen. Und die Lösung von dem Salz, die kann ziemlich gut den Strom leiten. Das ist ganz interessant. Und nochmal kurz zurück, die allgemeine Regel ist, dass wenn du die Temperatur erniedrigst, dann wird die Löslichkeit schlechter. Wenn du die Temperatur erhöhst, dann wird die Löslichkeit auch besser werden. Die Frage ist, was passiert jetzt mit dem Gas? Nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel Kohlendioxid und will das Kohlendioxid im Wasser auflösen. Und jetzt weißt du ja, dass Natriumchlorid Ionen sind und die angezogen werden von den polaren Enden vom Wasser. Und wie ist es jetzt eigentlich mit Gasen? Gase haben ja eigentlich keine besonders starken Anziehungskräfte aneinander. Die Atome, die bewegen sich eigentlich ziemlich frei. Und es gibt quasi kaum Bindungen im Gasen. Es gibt kaum Bindungen. Extremfall, das sind ja die Edelgase, die haben überhaupt keine, da haben die Atome überhaupt keine Beziehungen zu anderen Atomen. Und deswegen sind sie ja Gase, weil sie sich eigentlich überhaupt nicht berühren und weil es eigentlich keine Beziehungen gibt zwischen den Atomen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier ein paar Wassermoleküle drin und die willst du jetzt da drin lösen. Ich mache das jetzt nochmal weg. Wir wollen jetzt also beispielsweise Kohlendioxid im Wasser auflösen. Dann hast du diese Wassermoleküle und was glaubst du jetzt, was mit diesen Molekülen passieren wird? Und es ist ja ein Gas, also wir haben das Kohlendioxid, das ist ja ein Gas und jetzt ist es natürlich so, dass das Gas ganz gerne aus dem Wasser verschwinden würde. Das ist ja nun mal ein Gas und es möchte ganz gerne da rauskommen. Und jetzt sind aber die Wassermoleküle da außenrum und was könnte nun dazu führen, dass das Gas besser raus kann, damit das Wasser sich mehr bewegt? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn die Kohlendioxidatome mehr Energie hätten. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du das ganze System einfach schüttelst und dann geht quasi das Gas etwas leichter raus. Und wenn also sozusagen der gelöste Stoff ein Gas ist, passiert eigentlich das Umgekehrte, wie bei einem Salz, wenn du die Temperatur erhöhst, dann wird die Löslichkeit schlechter. Warum? Weil diese Gasmoleküle, die wollen jetzt hier abhauen, die wollen hier letztendlich einfach rauskommen und die beste Möglichkeit ist, dass sie sich einfach mehr bewegen. Und die mehr Bewegung heißt mehr Temperatur. Also alles, was dazu führt, dass die Atome sich besser bewegen, dann wird die Löslichkeit letztendlich schlechter werden. Was passiert mit einem, das war jetzt noch ein anderes Beispiel, für ein flüssiges Lösungsmittel. Da haben wir jetzt blaues Wasser. Blau ist eben hier das Wasser. Und da ist eben ein Stoff darin gelöst. Und lila ist jetzt wieder CO2. Und jetzt ist es noch wichtig, dass der Druck spielt noch eine Rolle. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das ganze System hier in einem ganz, ganz, ganz hohen Druck steht und wenn die Lösung unter einem Druck steht, wenn sozusagen von außen da ein Druck drauf ausgeübt wird, dann ist es natürlich schwieriger, für die einzelnen Gasmoleküle da zu entweichen. Also es ist so, wenn du den Druck erhöhst, dann wird die Löslichkeit auch erhöht werden. Also du wirst mehr von dem Gas in der Flüssigkeit lösen können. Das ist also wirklich interessant, wenn du über eine Löslichkeit redest. Es sind Feststoffe oder Salze, verhalten sich eigentlich genau gegenseitig wie ein Gas. Wenn du einen Feststoff hast, ist es eben gut, wenn du die Temperatur erhöhst. Wenn du ein Gas hast, passiert genau das Gegenteil. Und wenn du also mehr Gas in der Lösung bekommst, musst du entweder den Druck erhöhen oder die Temperatur erniedrigen. Naja, sei es drum. Ich hoffe, ihr fandet es diesmal ganz interessant.